auf einer weiteren folge von let's play kirby und das vergessene land im letzten part sind wir in den isolierten inseln angekommen also den vergesst träumen wieso auch immer das weil wir jetzt die ganzen seelen von leopold finden müssen und haben das in der ersten welt level alles gemacht und jetzt ins zweite 48 sogar nur die vergesst höchste und ich sag gleich dazu skandans machen schon durch hört aber ich hoffe dass es nicht so störend ist nichts alles gut am anfang direkt auf hier vielleicht aber der sieht man ja schon weiß dass man schön mit eis arbeiten und wir brauchen dringend was zum beispiel sehr praktisch gab es überhaupt was zu heilen in dieser will ja leute ihr solltet auf jeden fall den letzten part angucken da haben wir hier angefangen und auch den part wo wir das finale der haupt story gemacht haben das war nämlich richtig crazy wenn ihr das verpasst habt schaltet es da ein und lasst doch gern einen kommentar da wie euch das letzte bis jetzt gefällt und ihr könnt euch natürlich unterstützen indem ihr uns abonniert und dann hoch da lasst das habe ich noch gar nicht gezeigt wenn man ins strudel reingeht das darf man nicht vergessen nur von der matchkugel stirbt habe ich auch noch nicht gezeigt vor allem nicht mit dem neuen eis outfit nochmal zum glück war das so nah am anfangen einfach noch mal die seelen einsammeln ist ja nicht so als wäre das jetzt irgendwie so in dem thema nicht fressen lassen das haben wir den gesamten jetzt gleich schon so oft gehabt es reicht jetzt lassen wissen dass die schlagen wiederkommen wir müssen einfach gucken schön gegner besiegen wichtig wir könnten nämlich was haben aha da ist es nämlich schon kann sie nicht einfach springen ach so ich darf das überlaufen so passt manchmal kannst hier gibt es nicht mehr und ich finde es auch gut dass er verliehen uns immer sagt hier so hey du hast alles oder immer ich ich glaube man kann hier auch nur gerade gehen links und rechts wird nichts dann denke ich sieht jedenfalls so aus als würde es nicht gehen nein nicht die eisfähigkeit als ob du dir jetzt da verliegen ist ja offensichtlich schon auch nähe tja das ist lass das mal sein du bist schon so ein alter haudegen er macht sein schild jetzt immer viel schneller schon weg ja wie gesagt hier in dieser welt ist alles schwieriger und alles geht heftiger zur sache wie sie sehen jetzt los man und nicht das was du wolltest hallo hallo ja ich sehe ein bild wo ich gerade bin keine keräte ok was soll man das sagen alles gesammelt oha aber hier ist noch was geld noch mal warum schreibt sie es war so klar dass sie schreibt wenn wir aufnehmen hallo schlafen es ist wirklich hier immerhin schreibt sie sei doch froh ja das stimmt kannst du danach noch alles erzählen ruhen ich habe auch zu genüge besiegt mittlerweile ja diese viecher ist der gute bären hat er hört nicht aufzukommen ruhen 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 ują ruhen diese probleme kennt man ja wir gucken es jetzt am rand noch um und gucken was wir sehen haben vielleicht und gegner vielleicht irgendeine kleinigkeit vielleicht haben wir den sinn des lebens noch nicht gefunden und deswegen sind wir nicht bereit für alle sehen man weiß es nicht ich jetzt direkt sagen am dienstag man weiß es nicht das was du für richtig empfindest mir leid aber ich sehe ja nichts mehr aha okay ich wollte gerade sagen es ist jetzt nicht nur geld drin oder nein nein und hier wie auch alle ist weiter geht's schön dass das elf ihnen gesagt hat ja jetzt kann es auch sterben wäre vielleicht taktisch diese klug jetzt direkt zu sterben ohne ein hast du nicht gezeigt dass wir felsen getötet wurde doch ich glaube schon scheinschlag könnte direkt so kagels gehen ein schlag ist ein wieder beschreibung weil wir suchen leute wirklich hier das kommt auch in die überschreibung ist leer oder neuer unsere kooperation karl glas jetzt habe ich dann karl glas gutes karl glas ich bin grad nicht in der lage das ist das ist das karl glas aus einer eher andere dimension ja das schreibt sich auch anders schreibt sich karl und dann glas also mit k und da müssen wir uns in den titel und so ein slogan überlegen k klas nicht repariert und k k kolas tauscht aus sondern irgendwas ist in die richtung da überlegen uns was ihr werdet sehen was hier war ja karl glas macht man weiß es nicht vielleicht macht auch nicht mehr so viel wie viel haben wir denn schon ja schon 20 läuft doch noch und dieútung das sollte man wirklich drauf achten dass elf er один sagt werden alles meinem letzten part das hat mich schon ein bisschen fuchs ich gemacht ah sie gehen doch weil der part war dann doch deafen eine gute länge aber ich wollte unbedingt unter 25 bleiben wir machen es besser würde ich sagen oder ja noch ein mochi und hier war das mit diesem zeit gegen das war das erste mal wo du ein zeitding war oder stoppt das erste mal das weiß ich nicht was war einmal wir sind schon eine lebensform die nicht aus gummi mein gott jetzt reicht jetzt aber mal langsam da geht es weiter okay 30 stück haben wir haben alles geil schon über die hälfte sieht gut aus was tun sie denn zeitlupe noch mal haben ist ja nicht dein ernst jetzt irgendwas läuft in ihrem gehirn gewaltig schief er war nicht schon auf mich drauf ist das also jemand kann noch weg hüpfen das ausweichen ist doch cool gibt es zu das ist schon cool oder das ist nicht nötig wenn man schon eigentlich vorbei ist und danach ich geh noch mal zurück ich hoffe das ist doch nicht dein ernst jetzt das ist doch nicht dein ernst jetzt wenn wir das gleich brauchen werde ich ach das brauchen wir leider geht es weiter noch nicht könnte sein dass hier unten der ecke hier ist nicht okay ist nichts ja ist okay wenn jetzt noch mal alles kommt daneben das ist keine oder ist noch was stopp du musst zurück geht nicht dann stirb jetzt auf einmal der wille hat gezielt ja du wolltest es ganz unbedingt da waren noch kisten wenn da was drin ist nein nicht unter drachenfeuer wir sollten noch nicht weitergehen da unten ist was ich sehe ist unter der plattform jetzt lass es doch lass doch einfach und in der kiste wird auch noch was sein ja essen das auch noch eine münze wofür auch immer nein elferlin sagt noch nicht dass es reicht die münze die münze ist noch die münze und die gegner besiegt wir haben sie alles gut ja ganz wichtig störe und sie müssen und sie müssen mal kurz zu richten feuer nein ja heute brauchen feuer Hopp, hopp. Nicht treffen, au. Ich tue das Drachenfeuer. Okay, wir fliegen einfach. Was passiert hier? Hat Elphelin gesagt, wir haben alles? Nein. Ich hoffe, hier ist noch was. Nicht weiter, was machst du? Hat sie gesagt, Mann. Warum nehmen sie mich an? Genau deswegen. Das geht doch nicht. Stoppst eh gleich. Ja, guck. Au. Au. Danke. Das war jetzt aber doof. Ja, das taktische Sterben. Haben wir jetzt noch die Fähigkeit? Nein. Weißt du? Ich kenne es ja von der gleiche, weil das immer so ist, wenn du stirbst, hast du nichts mehr. Aber wir haben sie doch. Oh, das war wichtig. Oh, das war wichtig. Oh. Ich sehe nicht, so schnell ist das. Meine Bildschirm kommt nicht hinterher. Aua. Nein, wir brauchen das Ding nur. Oh Gott. Nicht die Kalimaris, die Tinti, die Squishies. Nein, nicht da. Okay, egal. Nein, wir müssen doch rüber. Jan. Okay. Okay, wichtig. Hä, warum ringen? Wenn da die Leiter ist. Warum dürfen wir da nicht hoch? Das ist die bessere Frage. Du musst, glaube ich, im Flug das machen. Stopp lieber. Stopp. Hey, warum ist die Treppe da? Oder geht die Luft aus, wenn man dann das Windrad anpustet mit dem Ring? Ist möglich. Du musst halt springen. Nee, das muss dann aus. Jeden, was aber auch keinen Sinn macht. Ach, mit der Treppe. Kannst du zurück? Ah. Das wussten wir natürlich. Warum? Die Treppe hat aber noch eine viel größere Fläche. Nein, ja, nein. Einfach nein. Ah. Es sind ja nicht mehr viele. Du musst wissen, am Ende gibt es wieder ein Fünfer. Das heißt, am Ende müssen wir 43 haben. Da ist noch nicht mehr viel. Es wird noch ein Dreier kommen, sag ich. Äh. Hä? Was soll wir sehen? Offensichtlich. Hä? Ich bin verwirrt. Soll ich sterben? Ja, bitte. Und im Spiel? Oh, ist das nervig. Hä? Ich bin nicht verwirrt. Wir müssen wohl einen Taucher basieren haben, weil dieses Metallling, da kriegt man nur weg, wenn man... Das... Irgendwie... Irgendwas muss man mal sehen, Mann. Das Ding ist, ich kann nicht so schnell folgen, weil mein Bild nicht so schnell ist. Also Augen und Ohren offen halten. Ach, ich doch. Ja, das war ja klar. Irgendwas bei den Kanonen vielleicht gleich. Links, rechts. Und die Viecher töten vielleicht. Einfach alles töten. Mach ich jetzt irgendwie so. Ah, die hab ich, glaub ich, übersehen. Ja. Oha. Oh, ja. Als ob das nur eins wert war. Oh. Oh, was geht denn hier? Ui. Oh, stimmt. Dafür die Dinger dann ja nicht ins Wasser. Warum ist das so gelb? Ja. Ja, die Fische haben da reingepinkelt. Ja. Na? Hey, da unten sind noch drei. Guck mal, wie viel du hast. Ah, mit dem hast du genug. Ja, muss ich grad sagen. Weil die Schwarzen haben immer eins, weiß ich. Oh Gott, wie sich... I was out of contact. Oh nein. Die Frage ist, was? Ein was? Eine Seele. Okay, okay, wir gehen jetzt. Und treffen wieder auf. Wir haben alles. Oh, ne, stimmt. Die Bosse kommen ja alle noch mal. Da hab ich mir die komplett ausgeblendet. Ja, genau. Jetzt kommt ja noch mal unser... Und? Eine schwarze Palme? Topickel. Jo. Wollen sie wechseln? Vielleicht bomben, aber... Eigentlich war... Ach komm. ...wär ja auch ohne irgendwas zu besiegen. Ich würd bei Schwert bleiben. Du kannst ja am Anfang noch mit dem Laser attackieren, solange du... ...gut spielst. Das ist ja nicht lange an. Oha. Ja, außer dieser Negativfilter, er wird drüber gelegt. Das ist sehr interessant. Illusions-Wutwedel-Tropic-Wutz-Phantom. Oh, oh. Oh, not the pixel. Er macht diesmal Sachen, die man nicht... ...ausweichen kann. Also, ausweichen schon. Ja, okay. Also, ich glaub, unser Ansatz wäre es hoffentlich, das einfach zu schaffen. Äh, ich wollt euch Schwert lieber nehmen. Nee, nee. Oder? Nee. Der war doch richtig gut zu besiegen mit anderen Sachen. Oh. Bumm. Da musst du aber auch aufpassen. Und das macht halt wirklich nicht so viel Schaden wie sonst. Beim Schwert müsst ihr jetzt aber ganz nah ran. Ey. Pass auf. Oh Gott, die fliegen ja ganz komisch. Ja. Das ist doch machbar. Das sagt. Du kannst dir nicht sagen. Warum nicht? Weil die stachlich sind. Und du willst auch nichts Stachliges im Mund haben. Weißt du das? Oh, Jan. Nein, ich weiß es nicht, aber ich würde es nicht empfehlen. Ja, und? Ah. Oha. Was geht denn jetzt ab? Ja, nee, das war der falsche Weg. Was ist denn mit ihm los? Ah. Fehler wurden begangen. Oh, Mann. Was denn? Er macht jetzt die ganze Welle. Oh, was geht jetzt ab? Äh, äh, äh. Au. Hä, wie kann man dem aushalten? Oh, es geht einfach durch, alles durch. Oh Gott. Es wird sehr knapp. Wie kann man dem aushalten? Ja gut, das war jetzt... Ach komm, ey. Wir brauchen eine andere Fähigkeit. Hä? Hast du schon aufgegeben? Ja, wie wir drin schon. Nein, das ist nur gut machbar. Wenn du ausweist. Oh Gott. Ausweichen, schnell weg. Ausweichen. Oh. Kokosnüsse. Ganz ruhig. Solange dich nicht trifft, ist alles gut. Hallo. Wow. Ich bin so stolz auf mich. Hm. Nein. Safe, 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 safe. Aha. Du kommst, knapp. Bitte. Das ist alles so geplant. Ich wollte nur spannend machen. Ja. Ja, genau. Uiuiuiui. Hätte ich jetzt auch gesagt. Als ob wir es in First Strike geschafft haben. Natürlich. Hopp. Okay, der andere Part kam jetzt auch schon, aber leider nicht pünktlich. Egal. Dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge von Let's Play Kirby und das war Gäste Land. Wir werden jetzt die Seelen noch in unseren Counter einpflegen und einmal schauen. Weil da hat auch so eine komische... Was spielt eigentlich, da ist so eine graue Ecke noch drin. Ja, genau. Und ich traue eine dunklere. Das ist wohl das, was man braucht und das andere ist... Das Maximum oder so? Ne, drei... Ne, vier Welten kommen. Keine Ahnung. Na gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es hier weiter mit... Verges... Vergnügungspark. Und wer von euch hat diese Folge gefallen, dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein. Also nicht verpassen und Like verlassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.